Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Informationsvideo zu dem Speedsommer Livestream. Der beginnt heute donnerlich um 18 Uhr, sondern erst um 20 Uhr und geht dann bis in die Nacht rein, bis uns langweilig wird. Es kommen ein paar Gäste, vermutlich. Ihr könnt euch schon mal drauf einstellen und es werden nur ganz viele Spiele spielen, ganz viel miteinander reden und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen lustigen Moment. Also schalte ein youtube.com slash ztcv slash live. Also ja, leistet ihr eben schnell über youtube, nicht über twitch, sondern über youtube. Alle Informationen gibt es auch in der Medienbeschreibung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann in 20 Uhr. Bis dann, euer Sitteri. Tschau.